Ich habe Angst, Alter. Nicht einmal 35 und nicht 42 habe ich mich so fremd unter den Menschen gefühlt. Was willst du eigentlich mit dem Ding? Ich will den Dicken auf dem Schimmel da unten erschießen. Kennst du ihn noch? Glaubst du, ich würde ihn je vergessen? Trotzdem, ihn würde ich nicht erschießen. Sieh da, unser alter Freund Nettlinger. Wenn schon, dann würde ich lieber den erschießen. Aber vielleicht überliest du es dir. Der Mörder deines Enkels steht auf dem Parkour nebenan. Siehst du ihn? Ich verlasse mich auf den Paragraphen 51, Liebster.